Ich habe bis auf eine alle Inszenierungen angesehen. Die Sommerpause im Theater Magdeburg ist beendet. Am 8. September beginnt die neue Spielzeit mit der Aufführung Die Blume von Hawaii im Opernhaus. Generalintendant Julian Chava inszeniert die Operette. Wir machen jetzt die Operette in eine neue Fassung. Operetten muss man immer neu erfinden. Operette ist nie etwas, was man eins zu eins so wieder spielen kann. Wir machen nicht nur ein neues musikalisches Arrangement. Die Dialoge wurden auch neu geschrieben. Der Schweizer geht in seine zweite Spielzeit als Generalintendant. Er zeigt sich zufrieden mit seiner ersten Spielzeit, hat er aber die große Herausforderung, das Publikum kennenzulernen. Also man kann sich Stunden und Stunden und Monate lang vorbereiten, aber das Publikum kennt man erst, wenn man Sachen aufführt. Das Magdeburger Publikum hat nun die Möglichkeit, das Theater beim Theaterfest am 9. und 10. September besser kennenzulernen und mitzumachen. Ein Beispiel, man wird mit unserem Open Chor proben können. Also mit dem Open Chor, mit unserem großartigen Open Chor mitsingen dürfen. Also ein großes Rahmenprogramm, große festliche Atmosphäre, viel für die Kinder, viel für die Familie. Wir spielen draußen, wir machen uns sichtbar und das Ensemble feiert sehr gerne mit dem Publikum. Weitere Auszüge vom Interview mit Julian Chava findet ihr auf kompakt.media sowie in der Kompakt-Zeitung. Musik